A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, O, V, W, X, Y und Z. Ja, nun kennst du das Alphabet und du siehst, wie leicht es geht. Ja, nun kennst du das Alphabet und du siehst, wie leicht es geht.